Mmh lecker. Herzlich willkommen im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Ich bin Daniela und begleite heute wieder einen Tierpfleger bei einer Tierfütterung. Heute habe ich diese Mahlzeit dabei. Wem das wohl schmeckt, lasst uns das herausfinden. Hallo Andreas. Hallo Daniela. Kannst du mir beim heutigen Futterrätsel helfen? Ja klar. Als Süßwasser-Spezialist hier im Haus weiß ich da auf jeden Fall Bescheid. Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier, habe vorher zehn Jahre lang in einem großen Zugeschäft gearbeitet und betreibe seit beim achten Lebensjahr Aquaristik. Insofern ist das eine leichte Übung. Hier haben wir eine Wiesmuschel, Süßwasserriesengarnele und Sandgarnelen. Die schmecken unserem Freund Igor hier ganz besonders, unserem Goldringel-Kugelfisch. Ja, Kugelfisch, der Name, man sieht ja schon, dass er ziemlich rundlich ist, aber die haben ja auch eine besondere Verteidigungsstrategie. Ja, Kugelfische können sich, wie der Name schon sagt, aufblähen. Die schlucken dann Wasser und werden zu einer großen, runden Kugel, um sich unfressbar zu machen. Er kam vor drei Jahren zu uns, war circa ein halbes Jahr alt. Okay. Und so ein kleines Tierchen, also fünf, sechs Zentimeter groß. Er ist ja jetzt schon deutlich gewachsen in diesen drei Jahren. Ist er jetzt schon ausgewachsen? Nein, also die Fachliteratur ist sich nicht ganz einig. Die Angaben schwanken zwischen 60 und 75 Zentimeter. Also das sind 75 Zentimeter hier. Wow. Also riesig. Wir wollen ja jetzt nicht lange den Kerl hier warten lassen. Wie fütterst du denn den Igor? Oh, er zeigt schon Zähne. Ja, 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 ja. Der ist jetzt unruhig. Er sieht sein Futter natürlich auch. Kugelfische können sehr weit aus dem Aquarium rausschauen. Der bekommt also auch alles mit, was hier draußen passiert. Und ich fütter ihm normal die Miesmuschel aus der Hand. Die zerbeißt er dann auch gleich und die Schalen fallen dann hier im Mittelbereich nach unten. Hier haben wir eine große freie Zone im Aquarium, damit wir die einfach besser wieder aussammeln können und die nicht irgendwo zwischen den Pflanzen dann liegen bleiben. Die Garnelen können wir ihm einfach hineinschütten. Auf dem Teller war ja jetzt auch etwas drauf, so mit harter Außenschale. Ist das für seine Zähne wichtig? Ja, seine Zähne brauchen Abrieb. Der Bursche knackt in der freien Natur draußen. Schnecken, Unterwasser und Krebstiere. Und wenn er seinen Schnabel nicht regelmäßig einsetzt, werden die Zähne zu lang und er kann keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Wie oft fütterst du? Also Igor wird täglich gefüttert. Am Wochenende übernimmt es dann der Kollege, der Wochenenddienst hat. Ist für ein Tier, was im Wachstum steht, auch noch sehr wichtig. Und wo kommt jetzt so ein Goldringelkugelfisch natürlicherweise vor? Goldringelkugelfische stammen aus dem Kongo-Gebiet. Kommen noch in ein paar afrikanischen Seen vor. Sind also tropische Süßwasserfische? Ganz genau. Und Kugelfische, die haben ja normalerweise in ihrem Körper ein sehr starkes Gift, das Tetrodotoxin. Macht das jetzt hier irgendwas aus? Nein, da kommt es darauf an, dass das Gift verzehrt werden muss, um seine Wirkung zu entfalten. Ich kann ihn also anfassen, ohne dass mir dabei irgendwas passiert. Ja, Andreas, der Teller ist leer. Ja, es hat geschmeckt wohl. Wie man sieht, eindeutig. Ja, vielen Dank, dass wir bei der Fütterung dabei sein durften. Gerne, jederzeit. Unser Ego war richtig zutraulich bei der Fütterung. Und für die nächste Folge ein neues Futterrätsel für euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mahlzeit. Yaht完了! Untertitelung des ZDF, 2020